Das Hotel Gardenia Plaza Resort liegt in Scharmel-Sheikh in Scharmel-Sheikh-Sinai. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter. Insgesamt hat das Hotel Gardenia Plaza Resort eine weitere Empfehlungsrate von 60%. Insgesamt haben 52 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,8 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4,4 von 6 Sonnen bewertet. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,1 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 3,9 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 3,8 von 6 Sonnen wert. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,4 von 6 Sonnen. Service Der Service des Hotels ist akzeptabel und wird mit 3,1 von 6 Sonnen bewertet. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.